Hi! Flieg in die Luft! Hallo, Freunde! Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von... Wie auch immer das Pack heißt, ich kann zumindest... Let's Play! Nicht töten, nicht töten! Frieden? Frieden checken? Frieden? Ja? Ja! Oh, es hat mir zugenickt! Holy Shit! Nein, bin ich blöd! Es hat einfach zugenickt! Da sind doch viele Freunde! Ich weiß nicht, ich sag's so... Frieden und er so... Nick zu, Alter, wie geil! Ach, zwei, dann macht man ja nur noch Ausschlöckern hier in dieser Version noch. Ja. Stimmt, ja. Ach... Nein, fancy. Ich hab mir auch den neuen Fancy... Bam, Junge! Alter, was ist das für ne Range, Junge, der out... Ranged mich hart. Ähm, das sieht super aus. Oh, was ist das? Was ist was? Das ist ein Con... Concussion... Oh, nein, 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 nein! Ich bin nicht von der Explosion getroffen worden, da ist einfach von in den Luft geflogen. Was passiert. Oh, gut. Und das ist dieser komische Confusion-Creeper. Also heißt er doch Concussion. Vielleicht wird's auch anders ausgebrochen. Ich hab keinen Plan. Ich hab's nur kurz den Namen gesehen, weil ich... Schauen wollte, wie der heißt. Con-su-sion. Con-su-sion... Nee... Komm, wir haben einen Friedenvertrag. Komm, mit Hühnchen. Genau. Ja. Ja, schlecht, wir können die jetzt scheiße reinloggen, aber die droppen ja Eggs hier rum. Also eins hab ich schon. Wenn wir dann da rein zählen. Mal noch schnell die Zäune. Ja. Die da rein, genau das so schön. Irgendwie hab ich das Gefühl, die KI ist nicht mehr so schlau wie in der 1.8. Also hier. Der Sonne ist auch ein Glower. Hier die Bäume gehen jetzt weg. Das ist auch ein großen Baum, aber. Machst du dir die anderen Zero-Gedöns, also... Table, Tank, Controller... Ja, kann nicht genau machen. Trotz, jetzt... Bisse vollgeschäß... Schäß mit Pflanzen und eins und scheiß. Weil man kriegt aber drei Reward-Backs dabei. Mh... Wollte erst mal diesen... Trick machen. Ich bin steil. Alter, bin ich hungrig. Ich hab kein Essen mehr. Oh, ich hab einen blauen Schleim gefunden. Ich dachte, der Spawn nur auf Inseln. Ne Ahnung. Ich hab hinterher runtergesprungen. Oh, ich sehe keine Insel. Oh, nicht. Oh, ich den Hut will ich haben. Sorry, Hünnchen. Hünnchen? Ich hab jetzt nämlich den Pool to you. Oh, kann ich aus Eiern essen machen? Ja. Witzig. Hünnchen. Das kann ich mir jetzt auch voll leisten. Oh, ich bricht dich Hunger. Brauchen wir den blauen Schleim? Ich weiß, wie das kostet. Okay. Ich hab ein Ei geworfen, kam kein Mund raus. Brauchen wir den blauen Schleim? Oh, Zombie. Ähm, ich denke nicht. Ich glaub, du kannst sogar sein, Anführungszeichen, Fleisch essen. Nice. Gelee. Hast du die Eier von den Hühnern hier gesammelt? Ich hab hier ein Ei geworfen gefunden gerade. Ja, ein Hühnchen ist rausgeschlüpft aufs mein Ei. Nancy. Ich glaub, ich hab ein besseres Ei gefunden als du. Du meinst auch schon gammelig. Ich hatte es die ganze Zeit im Winter. War schon ein bisschen Schimmel dran. Ich hab Glas in die Kiste gepackt für den Tank von Sealed Briggs gewinnt. Wieso nicht? Es ist nicht so schwer, man kriegt damit gute Sachen. Ja, mutter. Gute deutsche Produkte. Ich muss ja aber die ganze Zeit fahren. So, Rambatschwee anpflanzen. Oh, mein Pferd ist kaputt. Zum Glück. Oh, Alter, wie ich diese Bugs in der Ferne liebe. Wie schön. Oh, einfach mal ins Questbook schauen, was denn wir jetzt noch so... Oh, hier kann ich noch was annehmen. Oh, ich glaub, wir können es jetzt ein Herz machen. Ich hab jetzt noch das halbe Herz bekommen. Ich hab ein Dreiviertel Herz. Smashing Rock. Right click the throw. This will turn cobblestone into gravel. Gravel into sand. ETC und Impulse. Ja, mach das aber jetzt nicht hier. Das ist ein Chisel. Ach, das ist so ein Verwandlungsteil. Bananas Movie. Der fehlt auch nur will. Der fehlt auch nur will. Füllte auf. Alter, der füllte auf. Das ist aber besser als ein Steak. Ja, für mich nicht. Steine. Äh, wir müssen eigentlich Salz finden, oder? Das war ganz nice. Ja. Und das hätt ich mir in den Herzen geoffen. Welchen hat die? Herz. Na, ich hab aber ein Dreiviertel Herz. Deswegen, passt das nicht. Oh, da hab ich grad ne Nachricht bekommen. Alter, du solltest das mal in der Rollbau stellen. Ja, ich muss das ja anm- äh, den Ton anmachen. Das ist aber die Timer nicht. Ich glaub, du kannst das auf dem Kuhren stellen, dann halt den Timer. Ja, warte. So. So, mach ich den kurz aus, den Tunnel. Ne, hier ist scheiße, da sollte ich jetzt mal nicht reingehen. So, dann aus. Ja, sonst seh ich das ja auch. Ich guck dir richtig. Ach, das ist kein Berg? Oh, das ist das! Das ist ein Vokan, oder? Nein! Nein! Das ist dieser Meteorit von Applied Energistics. Erstens, wir können jetzt egal in diesem Loch Farm aus dem Glück mit dem Hut von dem Schaf. Zweitens, ähm... Oh nois. Äh, da drin ist irgendwas richtig für kleines Verstecktes. Glocke können wir aber noch nicht abbauen. Kann man erst mit dir abbauen oder mit was? Harvest Level Obsidian. Oh, wir räuchten. Also, Dia. Mein Gott, Salz. Ja, ich glaub sogar noch besser als Dia. Nein, Dia kann ja Obsidian abbauen. Stimmt. Und deswegen ja Dia, das Obsidian Level. Mein Gott, hier ist Salz. Das ist nice. Ich hab ein Eis. Falls du Dance Coal, siehs Bau Dance Coal ab, da kriegst mehr Kohle raus als sonst. Ich weiß, ich weiß, weiß. Das sieht man aber auch, Alter, das ist ja immer nur schwarz. Hier ist Tin, hier ist Tin. Ach so scheiße. Pass auf, hier hinter ist ne Schlucht. Direkt unter dem Tin ist ne Schlucht. Also, nur dort voll in. Das ist aber nice. Oh, hier ist noch ein Ei. Mach mich gerne. Oh, ist hier noch irgendwo Salz. Ist sogar noch mehr Tin. Ich mach mir erstmal hier im Waypoint hin. Ja, das sieht man ja hier auf der Karte. Ja, trotzdem. Ein... 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 bei die für für zwei bis zu tun ist mit eisen schnell dahin kommen die Schere zu holen das ist voll geil es ist halt obwohl es normale Welt ist relativ schwer durch den krassen Hunger die Stürmer kommt nicht noch das sind das verarbeiten es als er von 100 Prozent dort drei Eier nicht oder 1 er ist der Fall schon wiederum es geht klar wird 15 Minuten folgen geht es relativ schnell k ist fertig wo brauchen wir es dabei und sieht man kriegten zieht um baummehl bei der kräftel und jahre kann anpflanzen wo sich dennoch liefst natürlich das können wir aber echt ein ganzes herz herstellen kraft und er will sich mal drei vierzehn das Geräusch was du holst ich habe Stronter ist er hat und der Markus und Küste ich mache mir hier mal ein Felschen über die Hühner weiter züchten ich mache mir jetzt eine Stein Axt um mal ein bisschen Holz zu fahren aber wir haben Robert Tree Sapling den habe ich da hingesetzt, ja was dann dahin stand ein Baum das ist sehr nice ich will mit EC2 anfangen am besten erst mal die Quest dafür da sind jetzt geht es erstmal darum, um in deinem Leben zu bleiben und Sachen essen so Baummil gib mir dein Ziel auch noch was, man kann den mit Baummilch hochzeichnen? wahrscheinlich ausgestellt das soll wahrscheinlich richtig Hunger Hardcore sein jetzt sind wir jetzt beim Sapling Tomo Tempale Digi's hat er Scher und Romier, ein bisschen Bolle und Köln ich glaube der hat kein einziges Vorrangenteil der hat kein einziges Vorrangenteil reißer eingesprungen was sind das hier alles für Weltladefehler? Loll wenn wir Wrench aus Bronze machen, kriegen wir zwei Quests äh äh elsewhere und vielleicht einen anderen Bereich anlocken ja ich mach auf jeden Fall jetzt den Crest-Kentermann äh Crest-Kentermann nächstes Crest-Kentermann ganzes Herz kriegen wir beide ich kann sich gleich empfohlen mit Torey zwei Knochen nice Tomo mit uns wir wollen noch noch ins Bett noch ins Bett so Ehebett die Patern-Chef kriegen wir auf die ganzen Patern zu legen ja ich hab ja mal zum Beispiel Flächen gebraucht wegen Salz und so ja Salz aber ich hatte ihn leider nicht mehr ja so so nur ganz wenig ja wir haben jetzt Power of the People Survival Survival Generator und wieviel kostet der? der kostet nicht mal soviel in der Woche ein Redstone oder? oh no oh no ich könnte natürlich Spaß damit haben aber hm schau mal auf mein Röcken ne mach mal lieber nicht ich sag nur Extroaten und tot oder wenn du willst kannst du das auch machen kriegst du auch meinen Kopf ja wir haben halt eine Quest äh also würdest du es vorher nicht getan lernen eine Quest einmal sterben ach so stimmt weil dann kriegen wir 15 Punkte minus bei Warrior ja aber erst erstmal der wird war leer da muss könnte was verloren gehen kannst du hier hin droppen kurz? nein warte ich mach kurz noch eine neue Küste ja meinem Gentlemanen flieg ich gleich nicht durch dazu nehm ich mir dann gleich wieder von dem was ich brauche machen wir es noch am Ende dieser Folge weil die geht nach 2 Minuten oder machen wir ja ich dann kurz sterben ah schicker Hut nicht so nah daran das könnte was geboten oder? äh auf eins drei drei flieg in die Luft ja jetzt neuer ist der Erdeblock gespawnt wegen dem Grae 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 Reward ich muss erstmal mein Buch holen oh Schroom und Oxid-Delay wie läuft wegen dem Grab ist da oben das ist wahrscheinlich in einem Grab oder? ne ganz seltsin guck mal nach ach viel Spaß für den Kopf tue ich alles für den Kopf tue ich alles für den Kopf tue ich alles wie möchte ich was dann haben? es ist mein Kopf ich hab ein recht es war dein Kopf bis du in die Luft geflogen bist krass questblock mein Name loll wird den Erdeblock abgebaut und der ist einfach runter gefallen aber was ist das? das ist ein hüpfender Erdeblock was der lebt he 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 loll er hat einfach gelebt und ist dein Kopf dabei gewesen? ich hab ihn getötet und irgendeinen Hut bekommen ach loll er ist so richtig geiler Cyborg alter voll nice ne kein Kopf ne ich auch nicht naja was haben wir grad dafür denn eine Quest bekommen? 5 mal sterben 5 mal sterben was ist das für dumme Quests? die mach ich jetzt nicht vor allem die Welt wird einfach gelöscht wenn wir 5 mal noch sterben so was krieg ich hier raus? ach schon wieder diese ach so ich hab das gleiche bekommen wie du auch dieses ok easy 5 mal sterben richtig dumme Quests Lass mal schlafen Lass mal schlafen soll du mal ein Gedanke? wir haben quasi beide gleichseitig gesagt lass mal schlafen ja warum dumm weil das war ja nicht grad die blöde ist die Idee oh da haben wir fertig da haben wir fertig ja gut Leute dann ja gut Leute dann herzlichen Dank zum zuschauen zum zuschauen ja klar wie gesagt dumme wir sehen uns dann in der nächsten Folge tschö tschüss 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 tschüss